Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Trine. Wir sind immer noch in der Waffenschmiede des Turms des bösen Zauberers. Ist er wirklich böse? Hat er das Artefakt gestohlen? Schauen wir mal. So. Wir können das Seil von hier nicht kappen. Aber können wir das runterziehen? Nein, wir können das nicht hoch, wir können das nicht runter. Wir können es nicht benutzen. Gut, wir müssen uns hier dran hangeln. Das können wir. Aus, weg mit dir Teil. Ich muss da hoch. Ui. So, jetzt können wir es wegschießen. Sehr gut. So, dann schau wir das hier hin. Da springen wir nochmal drüber. Ups. Ich habe gerade eben richtig gesehen, da war was Grünes. Aber wie komme ich da hin an das Grünes? Können wir uns da nochmal dran hangeln? Nein. Uah. Da kommt wegen der einen Piole. Hätte ich dann sehr wahrscheinlich mit dem Dreieck wieder arbeiten müssen. Uah. Rüber gejumpt. So, wie komme ich da hoch? So, gar nicht. Das ist nur optisch so. Ha. Hier werden die Waffen gekühlt wohl, vermute ich mal. Okay, Sprungeinlage. Oh, nein. Okay, ich muss da hoch. Die Frage ist, ob ich da einfach so hochkomme. Hm. Wahrscheinlich nicht. Uah. Ah, hat nicht geklappt. Aber ich vermute, dass es so gehen wird. Halt. Komm. Ne, ist eine falsche Zeitpunkt. Hat sich irgendwie verändert. Hat sich irgendwie verändert. Ja, wie mache ich das denn jetzt? So. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, ho, ho. Ei, ei, ei. Okay. Jetzt aber. Ah, schafft ich irgendwie nicht. Okay, ich muss das irgendwie anders machen. Was passiert denn, wenn ich hier mir ein Dreieck hinmache? Wenn er sich da... Ah, nein, du bist der falsche. Ah, oder so. Okay, so könnte es auch gehen. Aha. Oh, nein. Das gibt's doch nicht. Hier ist eine Öffnung. Hier ist einfach eine Öffnung. Man hat das aber nicht gesehen. So, ich will das Teil da weg haben. Ich kann mir hier irgendwo an der Seite wieder hoch. Das sieht nicht so aus. So gehen wir erstmal hier lang würde ich sagen. Okay, hier sind Schalter. Die werde ich sehr wahrscheinlich alle aktivieren müssen. Eine. Zwei. Und hier kommt die Nummer drei. Aha. Das heißt, wir müssen wieder ganz runter. Schauen wir uns aber vorher hier nochmal was rum. Da oben zum Beispiel. Ah, da kommen wir so nicht durch. Aber vielleicht von der rechten Seite. Ach so ist es. Zieh hoch. Nein. So, da unten ist ein Blick lang. Halt! Aha! Ein Secret entdeckt. Sehr schön. Viktors Krone. War das der König? Er erhöht die maximale Anzahl der Planken, die der Zauber zugleich aktivieren kann. Um zwei. Verbindet sich mit dem roten Meisterstein. Roter Meisterstein? Den ich nicht bekommen habe. Doch da! Ah! Hm, aber die maximale Gesundheit. Ja, komm dann. Dann den da hin und den roten Meisterstein rüber. Ja, ein Geheimnis habe ich leider ausgelassen. Hatte ich nicht kapiert wie das geht. Hätte ich vielleicht was länger rumtüfteln sollen. So. Oh! Ah! Aua! 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 Mistkerl! Fallen! Juhu! Okay. Die werden wir schon mal nicht nutzen. Und wir jumpen hier drüber. Halt! Das hat nicht so gut geklappt. Da oben noch was gewesen. Komm, wir gehen weiter. Wollte ich mich da dranhangeln? Nein. Hammer. Ja, super. Das hat nicht so gut geklappt. Ja, super. Okay. Was bringt das hier? Was ich gut machen? Ja. Das können wir. Haha, der ist schön weit weg geflogen. So, wir müssen bestimmt nach oben. Aber da ist noch was. Aua! 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 Komm! 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 Hey! Los! Geh was nach links! Also! Okay! Die wollten wir uns nämlich noch mitnehmen. Eine höhere Stufe! Interesting! Schüsse Ding! Ah, da brauchen wir einen mehr für. Ah, da brauchen wir auch einen mehr für. Hier brauchen wir auch einen mehr für. Ob wir den letzten noch kriegen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange es noch geht. Oh, drüber hier. Flottes Skelett. Krass hier. Nicht schlecht. Hätte ich hier jetzt nicht erwartet. Okay, ich erwiske mich das von hier nicht. Aaaaah! Ah, okay, hier kommen wir direkt neu. Was ist denn wahr? Ist es denn wahr? Oh, das stirbt. Mist. Okay, können wir uns hier irgendwo sprangeln? Aua! Können wir... Aua! Da oben hängt noch eine. Kann ich aber so nicht dran. Können wir den Stein irgendwie hier aufhalten? der soll nicht so wackeln denn im dreck wieder schwung kann er das kaputt machen er haut es auf jeden fall um ist ja und zweites drauf erschweren wir ihm das mal geht hier nicht lang da noch einer die alo das gefällt mir nicht das weg okay das klappt schon mal nicht 3 ja schön weit hoch ja genau frage ist brauche ich sie hier okay jetzt kann ich mir auch direkt neu holen hallo wieso komme ich da neu nein okay wir versuchen weiter zu gehen rin 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 das war der letzte so was haben wir denn alles hier also wir können unten lang hier ist ja sicher ah ich verstehe ich verstehe das kann ich aber auch einfacher haben ich hätte da den richtigen Moment abwarten müssen aber gar nicht hallo den schön weit nach oben ouch ok wie kriege ich den runter gar nicht ah doch mit Gewichten mit Gewichten die da hoffentlich drauf liegen bleiben tu das da noch drauf so und jetzt das Risiko einfach runter rennen aber es klappt ouch was eine Feuerhölle hier da hinten ist ein Kontrollpunkt das ist gut so gibt es irgendwas unten noch zu stauben ja da hinten ist etwas ok das wollen wir uns halt Moment Moment Uptime hu so 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 aaaaah aaaaah ok ok spring mal einfach mal hier runter ouch 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 waaah waaah oh oh ok ok so da hinten ist ein Herz das ich gerne hätte die Frage ist muss ich mir oben noch irgendwas holen sehr wahrscheinlich ok hier haben wir schon mal einen neuen Kontrollpunkt den wir uns holen sollten aaaaah uuuh gerade so so und bevor wir hier diese Flammenhölle weitermachen machen wir nochmal einen Break bis demnächst euer Chojin